Hallo, willkommen auf dem Mars. Wir sind jetzt... Es ist ein bisschen windig hier. Beim Thede... Eigentlich ist der Thede irgendwo hier. Aber wir laufen gerade ein bisschen runter. Klauen ein paar Steine. Darf man nicht. Die Seilbahn ist natürlich wieder geschlossen. Wir haben heute Morgen eine E-Mail gekriegt, dass das Wetter bedingt nicht funktioniert. Weil es windig ist. Ich mein... Sieht man. Kann ich meine Tickets mal wieder studieren? 72 Euro für nichts. Ähm... Ja... Gucken, was der Tag so bringt. Hier geht so ein Wetter. Hier kann man bis da vorne hin laufen. Ähm... Hier sieht man keine einzige Wolke. Unten wurde der Kurs eh so langsam wieder. Ähm... Wenn du mir sagst, ist es 11 Grad? Ja, 11 Grad. Angeblich 11 Grad. Hier oben. Unten sind es irgendwas nur 23. Ähm... Wir waren letztes Mal, da sind wir nicht so weit reingelaufen. Mal gucken. Vorne... Sieht man schön, wie die Lava runtergelaufen ist. Ähm... Wenn der Wind weg ist, ist es schön warm. Jetzt bin ich kein Wetter. Ja, wir kommen auf die Masse. Wie soll ich sagen? Ja, lief denn... Da scheint eh ein gewissen Hotel. Da oben wäre die Seilbahn gewesen und da hoch wären wir gefahren. Da oben ist die Spitze. Spitze sieht man nicht. Alle guten Dinge sind drei. Nächstes Mal. So, jetzt geht der von der anderen Seite. Windig ist immer noch. Und windig. Da oben ist die Seilbahn. Also ob es aufhören würde. Es ist nicht lang, also nicht allzu weit und Gipfel erfährt. Aber es ist echt windig hier. Und wir wundern uns, warum der Stein nicht umfällt. Irgendwann muss er noch umfallen. Wie Sie sehen, sehen Sie hier nichts. Eine Schlaufe. Mit Töne Pippen. Wenn hier keine Wolfe dahinten sind. Aber sonst. Wie schön hier. Und kalt. Es ist kalt hier oben. Es sind 30 Grad. So, jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Spitzende. Ich gucke nebenbei Formel 1. Ich gucke nebenbei Formel 1. Spitzende. Ich gucke nebenbei Formel 1. Spitzende. Ja. Das war's für diese Serpentine. Wir sehen uns beim nächsten Mal.